Ich überlege mich zu den Käfigen versetzen zu lassen. Mach das nicht, Mann. Bei dem Gestank da kommt dir jedes Essen wieder hoch. Ich glaube, es wäre eine gute Gelegenheit. Sie entwickst dann aufs Maul hauen und man trifft Isaac. Aber was du mit ihnen machen musst, wenn sie anfangen zu heulen, ist... es ist hart. Alles gut. Okay, also ich lege ein...